Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klassiker bei uns im Kanal Ja und es ist nichts, kein geringeres Spiel als Restaurant Empire Ein Spiel, was ich damals sehr gemocht habe, was damals aber auch schon bockschwer war Und ich bin echt mal gespannt, ob wir da nochmal vernünftig reinkommen Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum fänge ich nicht mit Restaurant Empire 1 an Wie ich das eigentlich immer mache, wenn ich so alte Spiele vorstelle Ja, das hat einen ganz einfachen Grund In Restaurant Empire 2 wurde einfach das 1 nochmal ein bisschen aufgehübscht Und neu gemacht und so weiter Und es gab dann noch so einen kleinen Skandal Nämlich der Restaurant Simulator Das ist im Prinzip ein Refurbish von Restaurant Empire Quasi dasselbe Spiel, sogar das Menü ist noch gleich Und ihr kauft quasi ein Spiel, was sieben Jahre alt ist, wenn ihr den Restaurant Simulator kauft Aber wenn euch das Spiel gefällt, ist es eigentlich wurscht Welches von beiden Spielen her nehmt, ist es nämlich das gleiche Ja, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an Und das hier ist also Kampagne 1 Und das hier ist Restaurant Empire 2 Und wir fangen dann logischerweise mit 1 an Und da präsentiert uns Nlight Software Jetzt kriegen wir noch eine kleine Einführung hier In die Geschichte Schön, dass du wieder da bist, mon dieu Lang ist her, wunderbar sich zu sehen Onkel, mehr als 4 Jahre ist es her Wie läuft es denn? Ja, gut, gut Okay Was macht das Restaurant? Frag ich ihn Ja, das Tresertable Oh, das habe ich vor ein paar Minuten nachdem er gegangen ist, beschlossen Du hast das Tresertable geschossen? Frag ich ihn Ja, die Omnifood Er wollte nicht durch Omnifood geschluckt werden Das ist so ein bisschen die Geschichte Omnifood ist ein böser, großer, Großhandelskonzern-Kette-Gerät Die alles hier aufkaufen Und jetzt frage ich ihn Was willst du denn mit dem Restaurant machen? Ja, das weiß er auch nicht so genau Und ich schlage ihm jetzt vor, dass wir beide dieses Restaurant führen Nee, er ist schon zu alt Aber er traut mir das zu Gib mir jetzt die Schlüssel Und ja, so bekommen wir das Restaurant Durch die Tutorials wirst du mit den grundlegenden Aspekten vertraut gemacht Um dein eigenes Restaurant Ja Du kannst auch Ja Ja Du befindest dich Ja Du kannst die Stadt um in die Stadt Wenn wir schon Daneben ist die Gewinnanzeige Die dir verrät, wie viel Geld du vergangen hast Also ich, ich, äh Dieses Tutorial ist höchst einschläfernd Das möchte ich euch ja sparen Ähm Aber die wesentlichen Sachen werde ich euch jetzt zeigen Wir werden auch das Tutorial komplett spielen Weil das geht nicht anders Und dabei seht ihr schon quasi alle Funktionen, die es in diesem Spiel gibt Wenn ihr so wollt Jetzt gehen wir mal rein So gehe ich wieder raus Wenn du nicht siehst Deine Gäste betrachten gerne interessante Objekte Okay Und jetzt geht es schon ans Einrichten Dann würde ich sagen, wir drehen die Kamera mal so, dass wir ein bisschen was sehen können Klicke links auf den Button der Innenraumanzeige Du siehst vier große Buttons Okay Jetzt nochmal Dekoration nehmen Dann nehmen wir einfach mal Sieht man also hier, ne? Also welchen Wert an Dekoration das hat Da muss man auch so ein bisschen gucken, dass es da auch ein französisches Bild ist Nehmen wir einfach mal das hier So Nehmen wir noch ein paar weitere Gegenstände Nehmen wir noch ein anderes Bild Dann fühlen sich die Leute dann etwas wohler Sehr gut Nachdem wir ein Das Platzieren von Gegenständen Stellen wir noch ein paar Blümchen auf den Boden Am besten hier am Eingang Dann sieht das gleich richtig schön wohnlich aus Denk dran Wann immer du Hilfe brauchst, kannst du mich besuchen Ja, und das Ding hat auch Mouse-Overs Aber wir wollen jetzt natürlich hier möglichst schnell in Medias Res kommen Und hier das Spiel durchspielen Wie gesagt, es war früher Bock hart Durchspielen weiß ich noch nicht Und wir sollen jetzt glaube ich wieder im Adventure-Modus wieder zurück zu dem Onkel Der uns hier deine nächste Aufgabe gibt Okay, dann schauen wir mal Aber dafür das Also vor sieben Jahren war das richtig geil Von der Grafik und so, fand ich Ja, das hast du gut gemacht Bla, bla, bla So Lass uns loslegen Aber Onkel, was ist denn in den Finan? Okay Zeig mir, wie man Gut gemacht, Armand Du weißt nun, wie du dein Restaurant anrichtest Jetzt geht es um die Speisekarte Jetzt sehen wir mal, was du deinen Gästen servieren wirst Dies ist schließlich ein Speiselokal Ja Klicke links Auf die Speisekarte Unter der Speisekarte Okay, Menü hinzufügen So, jetzt haben wir hier so richtig leckere Sachen Durch das Rezeptmenü Das Archiv all deiner verfügbaren Rezepte Da du gerade erst anfängst, hast du nur eine Handvoll Rezepte zur Verfügung Unter den Buttons für die Gänge ist eine Tafel mit Namen und Ansicht des Akten Siehst du die Flaggen-Icons hinter jedem Rezeptnamen? Oh, ich kriege hier mal Sahne, Löffel, Biskuits und überbackene Eier Hm Da muss man übrigens auch ein bisschen drauf achten Je nach Mission kriegt man dann spezifische Aufgaben für den jeweiligen Landesteil Das bedeutet Anstatt mit den Pfeilbuttons einzeln durch die Liste zu blättern Du siehst im unteren Teil des Rezeptmenü vier große runde Buttons Die stehen von links nach rechts für Rezeptduplizieren Zur Speisekarte hinzufügen Speisekarte ansehen und filtern Klicke links auf den Zu Speisekarte hinzufügen Button Um das aktuelle Rezept Um dein neues Rezept auf der Karte zu sehen Nun bist du wieder im Speisekarte-Menü Mit dem Unterschied, dass wir ein Rezept hinzugefügt haben Ja Nun können deine Gäste Für den nächsten Schritt musst du dich wieder im Speisekarten-Menü befinden Siehst du die Pfeilbuttons an den unteren Ecken der Seiten erscheinen? Sehe ich Mit diesen So weit, so gut Es erscheint ein Fenster mit einer Liste heißer Falls du es noch nicht bemerkst, wollen wir die Speisekarte ein wenig gestalten? Drei Dinge kannst du beim Erscheinungsbild deiner Karte ändern Ebenso kannst du mit Linksklick auf die Buttons Textfond und Hintergrund deiner Speisekarte weiter verändern Gestalte deine Karte Nun fehlt uns nicht mehr viel Wenn du einmal Einzelheiten eines beliebigen Rezeptes deiner Karte ansehen möchtest Du siehst den voreingestellten Preis im Rezeptmenü Der letzte Punkt, den ich mit dir besprechen möchte Willst du einmal ein Rezept von der Karte entfernen, weil es sich zum Beispiel schlecht verkauft Ja, ich habe das ungute Gefühl, dass durch dieses ganze Hetzen wir jetzt wichtige Sachen übersehen Aber ich will euch da echt nicht mit langweilen, weil das ist so unglaublich langatmig Was der Typ hier mit uns macht So, und jetzt habe ich gerade eine, ich warte auf eine wichtige Nachricht, da muss ich gerade eben einmal nachgucken Okay, ja, wunderbar, eine nicht so gute Nachricht, aber das macht ja nichts Trotzdem gut, dann wollen wir weiter So, äh, ja, kann ich euch was fragen? Sehr gerne Ja, und ich möchte natürlich jetzt wissen, wie man Mitarbeiter einstellt Du hast dein Restaurant eingerichtet und die Karte zusammengestellt Ja Außer deinem Namen steht wenig auf der Du siehst, die Anzeige enthält nun eine ganze Menge Informationen Jedes Restaurant braucht mindestens einen Koch, der die Gerichte zubereitet Einen Restaurantleiter, der die Bestellungen aufnimmt Okay Einen Kellner zum Servieren Ja Und einen Rezeptionisten, der den Gästen ihre Plätze anweist Okay Ah, und fast hätte ich es vergessen Du brauchst eine Küchenhilfe zum Spülen Also besitze all diese Positionen Brauchen wir irgendwas, dann nehmen wir erstmal einen Koch Du brauchst nicht, wenn du selbst in der Küche stehst Wenn du mit dem Einstellen fertig bist Fahre fort mit einem Linksklick auf den Weiter-Button Ich kann keinen Koch einstellen Warum nicht? Ah Wahrscheinlich, weil ich selber kochen soll Okay, ich soll selber kochen Na gut, äh, dann halt, äh, Personal Wir brauchen, also, eine Restaurantleiter Da gucken wir mal, was die so drauf haben Ähm Ja, der sieht doch gut aus Erra, Erra, Eramano Dupont Gut, damit haben wir einen Restaurantleiter Jetzt brauchen wir noch einen Kellner Mindestens einen Äh, Claude Legrand Also seine Berufserfahrung wird dann immer hier, ne Also die Fähigkeiten für die jeweilige Sache Werden hier mit so Strichen dargestellt Und ich glaube, die beiden hier tun sich nicht viel Alter 25 Der ist glaube ich noch besser, dann nehmen wir den als Kellner Okay, und dann brauchen wir eine Küchenhilfe Die ist glaube ich relativ Wurst, die wir da nehmen Und dann nehmen wir noch Eine Rezeptionist Ohne Rezeptionist geht nichts Und der sollte auch natürlich freundlicher sein Freundlich sein, damit unsere Gäste nicht gleich abgeschreckt werden Okay, weiter geht's Ein Wort zu Rezeptionisten Sie können ihre Arbeit nur vernünftig verrichten Wenn sie eine Rezeption zur Hand haben Klingt low-wish Du findest ein Rezeptionspult im Innenraumfeld Unter Restaurantbeleuchtung und Vorrichtung So, dann können wir jetzt einmal einen teuren und einmal einen billigen nehmen Du weißt doch noch, wie du dein Restaurant mit Gegenständen ausstattest, nicht wahr? Übrigens, äh, das Skype, das war gerade ich, ne? Also, äh, nicht, dass ihr jetzt meint, ihr hättet da eine Nachricht bekommen Wir werden nachher mit dem Training weitermachen Jetzt ist auch der ideale Zeitpunkt, um dir das Drehen, Bewegen und Löschen von Gegenständen zu erklären Du siehst die zwei runden Buttons am Ende des Innenraummenüs Das sind die Buttons Gegenstand ausrichten und Gegenstand löschen Also, ich kann das nachträglich nochmal ändern, ja? Willst du einen Gegenstand zurechtrücken, klicke links auf den Gegenstand ausrichten Button Okay, wissen wir jetzt Um einen Gegenstand zu löschen, klicke links Gut, gehen wir jetzt zurück zum Mit-Up Beginnen wir mit dem Listen-Modus-Button Du siehst die zwei kleinen Icons rechts neben jeder Position Okay Zusammen mit den Anzeigebalken neben dem Namen des Angestellten Du bist jetzt wieder in der Detail-Ansicht Die meisten Buttons stehen nun zur Verfügung Ah ja, ich kann ja auch sagen, was er machen soll Die anderen Buttons bedeuten Gehalt erhöhen, senken Mitarbeiter verlegen Und Mitarbeiter feuern Diese Buttons sind relativ einfach zu verstehen Ja Sehr gut Du bist jetzt soweit, in deinem ersten Restaurant Bestellungen aufzunehmen Ja, das ging ja fix, oder? Um dein neu eingerichtetes Restaurant zu eröffnen, klicke links auf Jetzt nur ein wenig Geduld und die ersten Gäste werden kommen Wenn du ungeduldig bist, kannst du jederzeit die Geschwindigkeit des Spiels erhöhen Klicke links auf einen der vier Geschwindigkeitsbalken, um das Spiel zu beschleunigen oder zu verlangsamen So was ist eine schöne Ansicht Damit wir ein bisschen in die Küche reinkommen können Wenn du genug mit den Geschwindigkeitseinstellungen experimentiert hast, klicke links auf den Weiter-Button, um fortzufahren Oh, die spukt sogar So, da haben wir unsere Köchin, die läuft hier rum Da ist der Rezeptionist Da, das bin ich, ich koche Okay Und dann geht's auch weiter Der runde Button links neben den Geschwindigkeitsbuttons ist der Pause-Spiel-Fortsetzen-Schalter Klicke links auf den Button, um das Spiel anzuhalten Dann klicke noch einmal Eines solltest du wissen über die Geschwindigkeitseinstellungen und darüber, wie die Zeit im Restaurant-Universum vergeht Ah, genau, ja, ein Tag war eine Woche, ne? Um schneller voranzukommen, wird die Dauer eines Monats simuliert Basierend auf der Performance deines Restaurants am Ende des ersten Tages eines jeden Monats Fahre fort mit Linksklick auf den Weiter-Button Nun möchte ich dir das Info-Center-Menü erklären Dieses Menü hilft dir, dieses und In der Reihe der Buttons sehen sie dir nun die obere Reihe von Buttons an Ah, genau, hier sehen wir dann so die Bewertung Von links nach rechts Ist auch nicht schlecht Bewertungen, Umsatzreport, Statistik, Einkommensberichte, Finanzgrafiken und Beschwerden Klick sie an und mach dich mit den Informationen vertraut, die sie dir bieten Nun geh zurück zu den Restaurant-Bewertungen Diese zeigen dir an, wie gut dein Restaurant-Bewertungen ist Umso wahrscheinlicher werden sich Gäste für dein Lokal entscheiden Vorausgleich Wenn du bereit bist, weiterzumachen, klicke Wie du siehst, enthält die obere Reihe Buttons nun den Spielstand und das Ziel deines Szenarios Klick auf den Ziel-Button Puh, ich bekomme wirklich Hunger von diesem ganzen Restaurant-Management-Armor Oh ja Oh, da wird auch schon einer bedient, seht ihr? Hier Ja, und da haben wir unser Ziel jetzt für unser erstes Level hier Ziel 35 Gäste täglich im Restaurant Im Moment haben wir einen, das ist ja noch nicht so toll Der bekommt da jetzt erstmal lecker Essen Wäre natürlich noch ein anderes Problem nicht Wir müssen erstmal unsere Speisekarte auffüllen Und da kriege ich gerade einen Anruf Deswegen muss ich mir im Schluss machen Also bis zum nächsten Video, macht's gut Tschüss Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Restaurant Empire Und ja, wir, was, ja, ich bin beim letzten Mal unterbrochen worden wegen eines wichtigen, aber wirklich sehr wichtigen Skype-Gespräches Ich bitte das zu entschuldigen, das war so nicht geplant